herzlich willkommen zu einer neuen folge ja wir sind hier in der folge welche folge ist das jetzt fünf sind wir jetzt ja ich blick nicht mehr durch sind wir jetzt angelangt wie das pferd heißen soll das pferd soll ferdinand heißen das heißt ja das pferd heißt jetzt verdient schon name tag und benennen es um was hast du ja gebaut das ist mir gerade schon erklärt aber klar ist nochmal für die zuschauer ein stall für deine schafe und kühe die du mal herangeschaffen hast ja das ist gut die sind ja nämlich sehr sehr eingeengt sind ja eingeengt die sind sehr sehr eingeengt ja ich kann die gleich mal wieder hier ja hobby gärtner geben wir mal das weizen macht die kühe am meisten wir müssen auf jeden fall okay wir haben wir zwei einen neuen ein neues schaf und eine neue ok ok haben wir noch ein name tag haben ja wo ist der ambos ok ferdinand mit pf oder wie wegen pferd genannt oder mit f wir haben jetzt verdient genannt so ja den ankommen her so ferdinand unser pferd dabei ist natürlich der guter klaus 8 apropos habe ich schon gesagt dass der melona steht dabei ist ja ich hatte was geplant unter anderem müssen wir eine rettungsmission starten von mr wufus ist der wufus ist wer es nicht kennen in der letzten folge der hund genau ist da wufus müssen wir einmal retten sofern er nicht schon getötet wurde okay komm mal ich würde sagen wir müssen jetzt schnell mal retten deswegen würde ich sagen komm mal mit ich weiß ich weiß noch wo aber ich werde wie in der letzten folge einen cut setzen damit wenn nämlich das andere team die folge anguckt sie nicht wissen wo wir wohnen ich wollte nämlich in der letzten folge zur ersten zeitraffer machen und das wäre nicht gut gewesen so dann leute sehen wir uns wenn wir bei mr wufus angekommen sind muss halt beim vertrocknen drosten sein los komm mal komm mal ins boot jetzt kannst du sterben ich bleib hier dieser fang wird weiß in geraden und der wird sich reichlich zu der teleportierung stimmt 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 keine ahnung wie du jetzt stirbst aber ist eine gute frage ich gebe mich ja saufen ich wollte dich gerade töten ja stimmt das geht ja nicht mr wuf bist du die bestehende was hörst du mein boot weg da liegt eine sorge rund der ertrinkt nur und ist er dort sich teleportiert ja mr wuf ist komm her ja ich nehme ich das auch schneller so ist das ist für das sexuellen pack da noch mal ein bisschen bearbeiten dass der ein goldenes monokel hat statt ein schwarzes wegen den augen aber ich ja nicht der system müssen wir jetzt mein letztes namensstück kriegt mr wuf ist mr wuf ist und vielleicht bin ich so genau wieder da ja mr wuf ist oder ist sogar lol der hat sogar ein gelbes oder ein orangenes nametag wegen unserem team komm mal mit mr wuf ist setz ich mal hier bitte her möchtest du das an der orangenen orangenes halsband hat stimmt 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 wie ging das noch mal da orange perfekt jetzt weil einer von uns ist doch gut wieder eine aufgabe erledigt mr wuf ist gerettet in sicherheit was machst du ja hättest du gerade mit klaus ach und dann stimmt dann wollten wir ja noch die mauer bauen oder jedenfalls das einzäunen doch wir wollten das dorf einzäunen wir wollten die grundrisse heute noch machen also hier schon mal die planung bauen wollte ich noch nicht bist du noch nicht zäune um das dorf bauen das werden keine zäune gebaut wir brauchen eine richtige mauer okay wie wirst du das jetzt plan naja erstmal will ich dieses gebäude doch fertig bauen welches ach das ja dieses okay hallo was mache ich in der zeit weiß ich nicht was du jetzt machst stimmt ich wollte mal was ausprobieren wegen wasserläufer ich habe auch fast in die kommentare geschrieben gekriegt von mein ding irgendwie irgendwas mit bei beiden dingen meinen dingen oder so eine erklärung was das ist aber ich habe kein buch mit mit der verzauberung was oder ich habe generell kein item mit der verzauberung deswegen frage ich mich warum welche verzauberung ja wir haben sie gefunden wir haben sie gefunden wir kommen zurück leute wir haben sie von ja da ist er mister wofür ist ja so gefehlt hat monocle bei mir auch ja mister wofür ist hier geht's gut ich kann das machen wir so eine bäre hier nimm mal das musste wie wissen das schön geführt ja muss halt beim vertrocknen drosten sein los komm mal ins boot jetzt kannst du sterben ich bleib hier dieser fang wird weiterhin geladen und der wird sich reichlich zu dir teleportieren stimmt 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 keine ahnung wie du jetzt stirbst aber so gute frage ich gebe mich ja saufen warte scheiße ich wollte dich gerade töten ja stimmt das geht ja nicht mister wofür ist du die bestehende was hörst du mein boot weg da liegt eine sorge rund der ertrinkt nur und ist also der hat sich teleportiert ja mister wofür ist komm her ja ja ich nehme ich das auch schneller so ist das ist für das sexuellen pack da noch mal ein bisschen bearbeiten dass der ein goldenes monocle hat statt ein schwarzes wegen den augen aber ich ja nicht der system müssen wir jetzt mein letztes namensschild kriegt mister wofür ist mister wofür ist und weg bin ich so genau wieder da ja mister wofür ist oder ist sogar lol der hat sogar ein gelbes oder ein orangenes nametag wegen unserem team kommen wir mit mister wofür ist letztlich mal hier bitte her möchtest du das an der orangenen orangenen halsband hat stimmt 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 wie ging das noch mal orange perfekt jetzt bei einer von uns bist du gut wieder eine aufgabe erledigt mister wofür ist gerettet in sicherheit was machst du ja hättest du gerade mit klaus ach und dann stimmt dann wollten wir ja noch die mauer bauen oder jedenfalls das einzäunen doch wir wollten das dorf einzäunen wir wollten die grundrisse heute noch machen also hier schon mal die planung bauen wollte ich noch nicht bist du noch nicht zäune um das dorf bauen das werden keine zäune gebaut wir bauen eine richtige mauer okay wie wirst du das jetzt plan naja erstmal will ich dieses gebäude doch fertig bauen welches ach das ja dieses hallo was mache ich in der zeit weil ich ja was du jetzt machst stimmt ich wollte mal was ausprobieren wegen wasserläufer ich habe auch fast in die kommentare geschrieben gekriegt von mein ding irgendwie irgendwas mit bei beiden dingen meinen dingen oder so eine erklärung was das ist aber ich habe kein buch mit mit der verzauberung was oder ich habe generell kein item mit der verzauberung deswegen frage ich mich warum welche verzauberung war dann muss ich raus gucken ja wie sucht kann ich sie eigentlich schon schon ins neue große gehege lassen oder noch nicht würde ich sagen gott also die zornen tiere das ist mehr als massen als als dinge ist alles keine ahnung sag mal hast du noch an die ich habe okay alles gut so wahnsinnig spinne okay noch ein weiteres bücherregal habe ich mal hier okay wie ist denn jetzt schnell laden ein zeitbarkeit durch das ist immer noch dasselbe ich würde sagen ich fahre mal ja das kann ich fahren dass ich ja haben wir eigentlich schon schon zuckerrohr angebaut ja ja war mich mal zu so zack 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 wie lange geht die folge schon nach 28 minuten ja ja mister hof ist ja ja so jetzt wollte ich jetzt machen ach zu bauern wir brauchen nämlich plätter ab hier meine und dann brauchen wir nieder kann man leder irgendwie herstellen oder muss ich jetzt leider fragen genau das ja ich habe eine kuh gefunden da ist noch eine kuh da ist noch eine kuh da sind zwei kühe was sind drei kühe aber das sind vier kühe nein creeper creeper nein creeper eine kuh kriegst du nicht haha die scheune ist fertig die scheune ist fertig oder was auch immer das ist ok da komm ich mal ach hier ist leder wo kommt das her ist das noch von der kuh von von vor einer folge die geschnetzelt wurde haha was wenn wir so einfach so ein einschlagsloch von von so einem creeper und dann sehe ich daneben so so leder hier ist ein villager ganz weit außen der ist arbeitslos da habe ich schon mal sieben bücher acht bücher sogar ähm da kann ich schon mal weitere bücherregale machen und zwar eins zwei kannst du noch kurz ein leder holen ich möchte gerade was anderes noch machen hol ich eben nochmal ein leder was verkaufst du ach schutz vier ach ich hab noch kartoffeln gut folge fünf und wir haben immer noch kein haus ich finde irgendwie das ist so unwichtig ein haus grad zu besitzen ich kümmere mich viel mehr ums dorf ja stimmt da ist ja noch der 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 pillager links alter weißt du was ich gefunden habe ein dschungelbiom oh davon davon mache ich jetzt screenshot ja dann hätten wir auch das eine die eine was wir was ich machen wollte hätten wir dann auch gelöst oh mein gott da ist direkt bambus das sehe ich schon von hier was das heißt wir können jetzt auch pandas finden weil ich meine ich eine momentliche feuerquelle aber ok oha nice nice dicer ja da ist bambus ach du hier ist bambus soll ich mitnehmen ja gut ab hier ist aber nicht so viel bambus ach du scheiße hier ist eine große schluck aber da fackelt schon wieder der halbe wald ab na wo ich glaube sogar hier in die richtung wird es mehr sind aber immer so viel bambus bambus können wir anpflanzen ich will aber einen panda finden die mit nach hause nehmen wir können hier kein zu eröffnen dass ich jedes hier mitnehmen was du findest doch kann ich nein äh doch äh keep inventory ist noch an oder ja bambus eine halbe stunde vielleicht verrägt ja gute stunde das stimmt's okay kaputt go aua okay ich hab äh 39 bambus ich lege das mal in meine kiste und dann mache ich mir mal bücher tatsächlich habe ich gar nicht so viel papier ich habe jetzt mehr leder als papier lol haben wir noch zuckerrohr ah ok das ist schon wieder nachgewachsen gut das hatte ich auch noch nie dass ich mehr leder als hier hatte also hast du das haus hier fertig die tiere hast schon er hast du gut gut okay können glaube ich sowieso nicht raus weil die nämlich zwei blöcke breit sind oder türe 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 können nicht durch türen gehen ja stimmt oder so war das irgendwie kann allgemein nicht so keine ahnung warum die so fett sind aber naja ok jetzt kann ich ich kann nein ich habe immer noch mehr leder als papier ich glaube in meiner tour ist noch bisschen papier ähm ah hier ja gut du hast noch sehr sehr viel bomb äh ding ist super war ja das muss jetzt reichen nein immer noch nicht was ok nein ich brauche nur noch ok jetzt jetzt reicht es ok jetzt habe ich 19 bücher äh so viel holz habe ich gar nicht jetzt mangelt es an holz was ach komm wie viele bücherregale kannst du herstellen äh noch gar keins weil ich kein holz habe wenn du jetzt ein bücherregal herstellen würdest ähm ich habe 19 bücher 19 geteilt durch 3 sind 6,3 ja das sind 6 ok also ich könnte jetzt 6 und ja stimmt und wenn ich jetzt äh noch ein eine kuh schlachter könnte ich 7 machen aber ich habe schon mal eins gemacht gehen auch birkenhof also kann ich deine bäume abbauen die du an der plantage gemacht hast ja ja ok weil dann muss ich nicht immer 10.000 jahre weiter können sagen wir wieder einpflanzen tust habe ich nicht gemacht hehehe boah ok ja genau jetzt 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 habe ich 5 bücherregale noch jetzt brauche ich ach ne ich brauche noch ein bisschen mehr leder aber hey immerhin kann ich jetzt schon mal das um ein vierfaches erweitern was was ich kann jetzt mal gucken was habe ich denn jetzt treue 2 atmung 1 und schutz 1 ja schutz brauchen wir eigentlich nicht weil da haben wir ja einen was für treue treue 1 2 3 ok ich würde treue 2 machen ja ne 3 ist für äh dings 3 zack ok also soll ich erstmal lassen soll ich erstmal noch mehr dings holen ach und ich habe einen stack fleisch wie viele levels sind es schon die du da abgeben musst 3 hä 3 level 3 level 3 level nein erfahrung ja 3 da sind niemals 3 3 3 erfahrung stufen ach das sind 4 20 levels achso achso das ist die zahl stimmt haha ok äh warte was kämpft ihr auf meinem Feld seid ihr dumm oder so aus meinem Feld hier alter ich glaube es hackt ich will den Zorn da umbauen fails mit missi ok ich tu mal die 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 kühe und die kühe noch mal fahren ja mach noch ich habe erfahrung gekriegt dange 24 erfahrungspunkte ich könnte es mir leisten ne die die kuh hat er auch schon jetzt die ok wir haben jetzt 2 neue kühe meine wüte ist es voll dort drin ok schade keine eier ach hier ist ein hohen ich lagere mal meinen ganzen Müll hier ein nein machen die verlassen beitreten verlassen beitreten also an essenmangel haben wir jetzt erstmal nix ich habe ein stack steak ein stack steak noch anderes vielleicht habe ich ganz ganz viel stimmt jetzt wir haben ja noch diese seltsame suppe soll ich die einmal trinken fürs video ok 3 2 1 und was hast du für den nachtsicht 30 sekunden jetzt weg ok interessant ach creeper ach komm ok rot klaus schaut die wand an 19 maragde verschärfe 2 eisenschwert ok das geht sogar eigentlich oder du hast ein riesengroßes feld gemalt genau warte ich müsste eigentlich sogar noch ein paar seeds haben habe ich noch kartoffeln bitte ich habe kürbiskern nein du hast keine kartoffeln ich habe karotten du hast kartoffeln karotten sind sinnlos meinst du ok ja was willst du aus karotten machen seeds ah doch ich habe noch eine kartoffel die baue ich an aber hier so nein hier vorne oh oh ja dann noch und weizen wohin hier oder ja da ist weizen ich werde noch gleich alles beschriften und kürbiskerne kürbis werden wir nicht anbauen ok also weg damit obwohl doch aber das machen wir auch ein kleineres feld nein wir brauchen kein kürbis es ist es brauchen spezielle felder nämlich ach so können nicht so einfach angepflanzt werden die nächste tower jones gibt ja was im essen ähm so dann brauchen wir was brauchen wir noch man ich kriege hier die ganze zeit im grunde genommen wenn ich jetzt sehr viel glück habe ich habe ich habe das mit dem eis scharf abgeworfen ok aus versehen aber ja 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 warum ist der kaputt warte mal ich repariere mal ich will mal das sehen wie ich dann repariere ich habe das noch nie getan ja ich habe eisen lol wieso ist der kaputt ja wo er gegen monster kämpfen tut nice er macht was für seinen job er macht was für sein geld auch wenn er nicht bezahlt wird also klaus ist einer geht auf erkundungstour irgendwie einer geht auf das feld gerade ey der andere ist bei den dings hä hatten wir nicht mal mehr wir hatten fünf stück ich sehe aber bloß noch zwei also insgesamt jones mitgezählt ach so ja dann sind es vier aber dann ist trotzdem noch einer weg oder ist er hier ach ne der ist dahin ok ja gut er ist hier hin beim fischer was bist du an fäden warte mal habe ich noch fäden ja fäden darfst du machen oh fäden 64 oha hast du zwei 64 10 fäden noch habe ich noch mehr fäden ne hast du noch fäden musst du mal da vorgucken äh ich nehme mal deinen fäden noch gut jetzt können wir hier richtig handeln gab es aber nicht mal auch einen der ah hier der hat 20 und dann gab es doch noch einen ähm der irgendwie der hat kohle gering ist dann gab es aber noch einen der irgendwie weniger fäden gehandelt hat nö wir hatten noch einen der hat 15 getradet ne doch der pfeilmacher war es ah der tut jetzt 14 sogar traden ist ja noch weniger das ist noch besser ach der pfeilmacher aber der ist schon meister den können wir nicht mehr leveln können wir also leveln nicht mehr aber noch immer immer bekommen ja soll ich den traden ja mach okay okay da haben wir jetzt 5 emeralds 5 emeralds äh ja ich hab 6 gut geh ich nochmal auf grünungs zu wegen schafe und ich nehm mein per 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 wie lange geht die aufnahme oh 50 minuten okay ich würde sagen dann mache ich in der nächsten folge so leute ich würde sagen das wäre es für die folge gewesen die ist jetzt schon lange genug äh ja lasst ein like da abonniert aktiviert die glocke um keine videos mehr zu verpassen wie immer ne schreibt einen netten kommentar rein das würde mich wie immer sehr 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 freuen und ja bis zur nächsten folge wenn es wieder heißt minecraft teams haut rein Leute und ciao ciao ciao